Applaus Also unsere Gruppe hat sich während des Wochenende mit Hilfe von Game Maker das Spiel Game of Life oder zu deutsch Spiel des Lebens programmiert. Unser Projekt soll aufzeigen, inwiefern Zufall unsere Entscheidungen und die Gesellschaft Einfluss auf unser Leben nehmen. Und dabei soll auch auf Probleme in unserer Gesellschaft aufmerksam gemacht werden. So, jetzt seht ihr gleich den Startbildschirm von unserem Spiel. Da drückt man dann einfach auf Neues Spiel und daraufhin wird ein neuer Charakter erstellt. Und da wird zufällig erstellt, weil man sich Sachen wie zum Beispiel die Nationalität nicht aussuchen kann im echten Leben. Ja, und die Hauptaufgabe in dem Spiel ist eigentlich nur Fragen zu beantworten. Und dann je nachdem, wie die Frage gestellt ist oder wie man sie beantwortet, verändern sich die Faktoren, direkt oben jetzt. Wie zum Beispiel Stress, Liebe oder so. Und so kann man halt sein eigenes Leben beeinflussen, je nachdem, wie man die Fragen beantwortet. Jetzt kurz eine Zuschauerfrage. Würden Sie diese Frage für Ja oder Nein beantworten? Würden Sie auf den Rat hören? Nein? Dann schauen Sie jetzt bitte auf die rechte Tabelle. Was ändert sich? Nichts. Gut gemacht. Also auch die verschiedenen Faktoren können aufeinander Einfluss nehmen, wie zum Beispiel, wenn man sehr glücklich ist, leidet man unter nicht so viel Stress. Aber man stirbt auch irgendwann und kommt dann auf einen Endscreen, von dem man wieder ins Hauptmenü zurückkehren kann. Wir haben Game Maker benutzt. Es war nicht so schwer, den Codes zu machen. Es war ja aufwendig zu schreiben. Game Maker hat auch eine eigene Sprache. Es gibt vier Räume im Spiel. In jedem Raum gibt es ein zusammengesetztes Code. Wir haben jetzt auch eine Website, nämlich auf badtoxic.de slash gameoflife. Danke für eure Aufmerksamkeit.